Können wir eigentlich im Prinzip eh schon wieder die nächste Expedition starten, machen wir es sollte ich, ja genau, wie viele haben wir denn noch so auf Lager, zwei haben wir denn noch auf Lager, ja, ja, erste Antwort, machen wir das gleich das, let's go, dann haben wir eh noch eine und dann wissen wir Ihnen, falls ich mir schon Bescheid, drei, also zwei Missionen haben wir noch, dann haben wir sie wieder zurück, quatschen wir mit jeden, pipapo, wie geht's da, wie geht's dein Düdel, steht er überhaupt nicht mehr, steht er nicht mehr und dann kann man ja dann noch immer schauen, ja, passt alles, passt alles nicht, gesagt, jetzt machen wir auf Level 20 und dann schauen wir mal, wie es dann auch mit so unseren Chevalen aussieht, soll man da ein bisschen was verändern, gibt es überhaupt was Besseres, die sind auch wieder zu sagen, was man da sich wieder überlegen sollte, ich bin überhaupt einmal gespannt, wenn ich mal mein erstes Violettes kriege, na hallo, ich wart da schon drauf, bei TD Vision, da hab ich schon längst was Violettes gekriegt, ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn, ich wart schon richtig drauf, bis ich was Violettes kriege, okay, so wie es, wie es hängt, ich meine, auf 30, ich bin schon so, gibt's, gibt's, gibt's sogar schon, na ja, wenn wir eh sind, aber ich bin gespannt, der hat jetzt eine volle Drehung gemacht, glaube ich, zum Suchen, also, muss ich mal schauen, ob man da überhaupt jetzt, vielleicht findet, beziehungsweise, wir nicht, vielleicht, vielleicht muss ich einen anderen Server suchen, oder das Internet neu starten, das Internet, das Internet, das ist, wenn ich da, das ist gehurt, anhaber so, sollte man aber, das ist schon passiert, man muss auch gar sagen, ich bin ja, das ist auch noch kacke, ist irgendwas so, ah, kommt dann eh auch noch einer dazu. Alles klar, Jero, wie lautet der Plan? Ein Notsignal von Alkanisten, die angegriffen werden. sie wird so und runter mit uns ja 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 da fliege gerne wenn ich auch vorankommen Alta Pickzeug oder da kannst du noch auszucken oder bist du schon lange schon wieder fliegt oder kannst du noch auszupen setzt man ja nicht besser also genau genau das beste vom spiel das herumfliegen und genau das hängt wirklich top genau das schießen kann alles mit pipapo der restliche scheiß funktioniert einfach nur fuck na wort haben wir mal die kleine der Pistolen da fertig und tschüss papali so da reparieren wir gerne mal auch super da haben wir gleich mal was blaues gekriegt super du kleiner wichser da auch ich glaube ich muss einmal da aushelfen auch gebiete wow nette explosion das war neid die hat er hilft aber wenigstens gescheit der hilft super dass da können wir elite gegner dabei sein wenn ich mit der Pistolen herumschieß es ist aber auch mein pech wenn ich dann bei und also die das So ein Flachwixer. So ein Wartes Bär, Leute. Der Wahnsinn. Er braucht eine Ewigkeit. Ha, ich bin gerade hinter. So, falls irgendeiner nicht herkommt. Ja, passt. Mach ma, mach ma, mach ma. So, nix. Ey, komm Puli, komm, komm. Komm eh schon, ich komm eh schon. Bissern nachladen. Und die andere Waffe. Solange die Gegner da sind, ist ja eh wurscht. Kann ich ruhig aber mit der Pistole spielen. Ah, schönes Kopfhau. Gib mir ab, gib mir ab. Der steht so brav da, den kann man geben. Yay, immerhin, jetzt brauchen wir nur noch die Elite. Und dann haben wir es auch mit ihm geschafft. Das ist ein super Ziel, gell? Das ist ein super Ziel, gell? Das ist ein super Ziel, gell? Das ist ein super Ziel. Ah, die kleinen auch zwickten. Na, Wahnsinn. Jaja, Bäcker, Wahnsinn. Ja, komm her. Da haben wir noch. Da haben wir noch. Da haben wir noch. Da haben wir noch. Lass dich bitte treffen. Das ist ja peinlich. Sorry. Ich hab gesagt, das wird so weit. War ganz speziell am Start anscheinend. Da war anscheinend ganz speziell am Start. Ist das schön, der ist schon drin. Oha. Normalerweise haben sie ein bisschen kantern. Du Sand. Normalerweise haben sie immer einen Kanton am Start. Hm. Wir gegen... Also das wundert mich jetzt wirklich extrem. Normalerweise haben sie immer einen Kanton hier. Servus, Gäste. Servus. Generalabbauern. Hm. Also... Also anscheinend haben sie... Hey! Haben sie irgend so eine Patch ausgebracht, was sie dann damit aufgekehrt haben anscheinend. Wo das wirklich komplett draußen ist dann. Find ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, find ich gar nicht mal so verkehrt. Da sag ich so keine Ja dazu. Find ich... find ich wirklich. Mich hat so plötzlich wundert, weil jedes Mal aus der Kanton und... Oh, das ist jetzt wirklich nur in diesem Zufall. Erst recht, wenn nur zwei Leute da sind. Kann ich mir auch vorstellen, dass sowas daherkommt. Passt. Schön. Dass sowas kommt. Was? Nimm das gleich. Nimm das gleich mit. So. Haben wir mal den hier. Passt. Dass wir die Dreckspistole da wegkriegen. Nice. Da haben wir dann auch noch der hinten. Hopp. Ja. Der hinten ist gut gesagt. Es zieht... Ach, den hätte ich fast gehabt, Wichser. Ja. Gleich mal beschimpfen aufs Ernst. Huso, Wichser. Was laug. Wo müssen wir eigentlich jetzt wieder nach hinten, oder? Also den neuen Sentinel, oder was? Müssen wir da mit ihrem quatschen, oder sind wir... Oder sind wir gar nicht von da hoch gekommen? Also wahrscheinlich schon genau die Wege gleich, oder sowas. Achso. Achso. Wir müssen die Ruine schon wieder verlassen. Alter. Gerade, dass wir drin waren, müssen wir aber schon wieder rausziehen. Achso. Interessant. Hm. Ich, also ganz ehrlich. Ich hab mir jetzt eigentlich schon den Tag gehabt, dass der jetzt irgendeine Brost feiert. Also wenig. Also, entschuldigung. Aber wir sagen... Nein. Dungeon-Trainer. Lauter. Muss irgendwas heftiges da sein. Das geht auch von nicht. Einfach nur eine raus in die Orga. Das geht nicht. Ist ja fahr da auch nur eine raus, eine raus. Muss ich mir ein bisschen das... Das andere Loch dran glauben. Das ist ja... In dem Fall ist das was Exotisches. What the fuck? Alter! Ist das... Ist das... Das ist die Welt, gell? Das ist die Welt. Was mich fertig machen will. Die Welt macht mich fertig. Wahnsinn. Eieieiei. Da haben wir wieder ein paar Gegner. Da haben wir ein kleines Gutes. Immerhin sind wir beide gleich mal so drauf. Ein kleines Sammel. Der wollte einfach nicht draufdrücken, gell? Es kommt mir so vor, wie wollte er nicht draufdrücken. Ack mal so rein! Bist du mal? Das ist ein kleines Sammel. Das war schon. Das ist ein bisschen technologiemäßiges Stammstein. Können schon möglich sein. So sind wir dich denn. In der Richtung... Ja, bitte. Sein wir schon jetzt einmal wirklich Gott zur Hoffnung gemacht, das könnte ein Wasser sein. Könnte ja. Das sieht jetzt aber auch fein aus. Bist du neuerisch? Ich muss ja mal die Gegner da fertig machen. Davon geht ja mal gar nichts. Ha! Wo haben wir denn den Freelancer? Ach so das. Oh. Danke. Nice. Ah doch. Haha ich darf. Get me, get me. Aber hei großer. Fuck. Ja mit der Pistole komme ich weit. So gebe ich ihm. Ja das Ding da. Ja genau. Ja der zeigt mir das. Soka pipi fein. Der zeigt mir auch noch wie sexy er ist. Ein Wahnsinn. So hinter uns ist auch gleich mal so ein Spaß. So machen wir gleich mal so. Zack. Jetzt müssen wir gleich mal weiß wie es weiter geht hier. Zack. Da fühlst du was gutes. Da fühlst du was anderes gutes da. So. So. Das Ding da hinten. Dann hätte ich da wie ich schoet. Oh. Ja hofff. Ja wahrscheinlich. Aber nur. Zeigst du es nicht gescheit. Wir können weg. Tschüss. Perfekt. Und dann. So. So du so leicht besiegbar bist. Da hätte ich die schon längs ab die geschossen. Furscherl. Dann hätte ich das schon längst gegeben. Wo haben wir denn was schönes? Achso! Ok, ja, wir haben... Jetzt hab ich mir schon doch gedacht, ich bin allein oder so. Jetzt hab ich mir wirklich vor einem kurzen Moment gedacht, ich bin allein. Ah, shit, weil das einfach so viele da waren und er war nicht da. Ich hab mich schon lange wieder gesehen, da hat sich wahrscheinlich schon verbiest, ist mehr gegangen oder so immer. Oh, jetzt sollte er aufpassen. Jetzt sollte er aufpassen, was ich mache. Zack, zack, zack. Aber mit der Dreckspistole muss ich ausgehen. Wir wollen das ja auch hinbekommen, die Herausforderung. Geh bitte, das ist ja keine Herausforderung. Ah, da kommen sie noch. Perfekt. Tschüss. Das ist so ein feines Pisten. Ein richtiger Komet, könnte man schon sagen. Oh. Achso, jetzt hab ich mir gedacht, das ist auch so ein Freelancer. Na bitte. Einmal und tschüss. Ja. Fertig gemacht. Ach, du musst eh die anderen. Ja, der macht eh die Sachen. Ich konzentriere mich da einfach mal aufs Ballern. Und töten da. Kriege ich auch gut hin. Wahrscheinlich wird er die ganze Zeit auf mich gewartet haben. Oh, das ist ja der Erkopf. Oh ne, ich bring dir dabei die ganzen. Oh, der Wahnsinn. Das ging schnell. Weiter so. Oh, süß. Genau. Ah, okay. Da zieht halt Leid auf mich. Jetzt haben wir ein fixes Dach gehabt. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich auf mich zielen. Jetzt werde ich Meier gehen. Das hat ein bisschen zu lang für mich gedauert. Dass der da mal irgendwie was gemacht hat. Weißt. So, gehen wir mal her. Tschüss. Ah, wir bauen noch ein bisschen. Ah, da. Okay, dass wir da jetzt noch eins haben. Ah, da sind so viel. Da gleich mal in den Gantau. Da. Da haben wir Loot. 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 Da schafft. Äh, der schafft. Das hat selber Gebiete. Alter, der will mich nicht merken. Alter, der hat zu überdacht gehabt. Ich werde gleich rausgekommen. Ist doch narrisch. Weil der einfach keinen Schaden gemacht hat. Jetzt mach den Rest der Kreaturen den Garaus. So, liebend gern. Liebend gern. So, komm, 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 komm. Yes. Ah, schön zerfickt. Schön. Einmal. Ah, der will nicht. Ich darf nicht mehr gehen. Ich hab alles gar beseitigt. Der Feind ist besiegt. Gut. Flyer. Not Signal von einem Passagierläufer. Gesetzlosers. Belegnis. Klar, liebend gern. Wie? ında jam an, hier oder so noch kurz berührende Nähe. Die Crew ist zwar fürs Erste ok, aber sie braucht Energie. Hilft ihr, um das Energieproblem zu lösen. Oh, liebend gern. What the fuck, das ist angekommen. Boah, perfekt. Ach du, wie der Schädel die ganze Zeit angefickt wird, der ist ein Wahnsinn. Den hat's getroffen. Den hat's definitiv getroffen. Ja, da haben wir eh noch welche. Ich glaube, er wird sich eh um die Batterie um. Er kümmert sich schon um die Batterie. Merkt man schon, dass wir allein nur mal zwei sind. Und ja, interessant. Komm her. Du darfst ja nicht weggehen. Du musst kämpfen, der Wichser. Ja, das hört mich fast erwischt. Aber das Fick, das Fick. Warte mal, mal, nochmal. Tschüss. Oh, machen wir gleich nochmal. So, Bitche. Fangen gleich mal. Oh, da haben wir was Blaues, da haben wir was Blaues. Interessiert mich nicht. Habt ihr, wir haben was Blaues. Egal wie viele Gegner da am Start sind. Habt ihr, oh, hi. Hi, no what. No what, Bully, no what. Einmal. Ah, der ist da hinten. Ja, das war da hinten, wen wenigstens mehr gemacht haben. Und da hinten da noch. Ja, das muss ja ausgehen. Nooo, wir sind nicht ausgekommen. Ja, bitte. Hätten's ruhig mitspreen können. Oh, sogar ein legendärer. What the fuck. Zack, 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 eingefu... Oh, fast. Aber er ist langsamer, er ist schon langsamer. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist schon mal ein Vorteil. Langsamer ist er. Oh, fein. Fein ist. Hey, da sind sogar noch ein paar. Ah, jetzt kommen die Elite-Gegner raus. So blöd so. Nachdem wir 100.000 von einer besiegt haben. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja schon halbwegs verschwunden im Wasser. Warte, fuck. Sammelt das aber trotzdem? Wo ist das jetzt? Da, ja. Trotzdem, wie sammelt das auch? Ah, der hat schon... Der hat schon allein gefickt. Passt. Oder fliegt der weg, oder was der Gegner? So. Wenn wir schon draufkommen, das ist irgendwie ein spezieller. Tja, geschafft haben! Nein, oder... Ja, da, da hinten haben wir so einen Punkt. Ja, da, da kommen sie ja noch. Kommt mir so eine kleine Welle, nehme ich mal an. Nein, nein, einmal. Nein, einmal, nein, einmal. Was? Ja, dann... Kann man integrieren, bitte. Dankeschön. Servus, Leute. Servus. Wunderbar, du hast es geschafft. Das solltest du feiern. Uh, flaches Grab. Funänzene Realität, schaut immer besser aus. Und Level 20, glaube ich, könnte man somit erreicht haben, glaube ich mal zumindest. Könnt schon Menge sein. Level 20 könnte drin sein, hm? Ja, ja, wäre nicht schlecht. Ja, Level 20 wäre wirklich nicht schlecht. Ja, Level 20 wäre wirklich nicht schlecht. Lucky Check in the club. Hm. Ah, bin ich jetzt Level 20, dann würde ich mal schon... Dann würde... Oh, beide Level 19, Digga, nice. Nice, nice, nice. Und, geht sie aus, oder geht sie es nicht aus? Fickzeug. Hä? So kurz und knapp. Alter. Ah, okay. Dann schaue ich mir das später an. Ähm, was machen wir? Machen wir gleich... Am liebsten würde ich gleich zur nächsten Mission eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Am liebsten würde ich eigentlich gleich komplett zur nächsten Mission starten. Ich meine, ich... quasi laden, Expedition, oder gleich wieder laden. Nett, dass man gleich sagen kann, okay, nächste Expedition starten... Nee, dann denkt ja niemand. Wahnsinn. Ist ja nicht so, wie hätten wir vielleicht einmal... Vielleicht ist es ja auch so. Später hat man einfach halt... Beim Endcontent nicht mehr die und die Mission. Da hätte ich aber trotzdem gern... Wenn es schon war, das Zug schießen. Dann hätte ich auch gleich so eine Liste gehabt. Okay, die Mission können wir noch nehmen. Da haben wir noch nicht. Ähm, Master One gemacht. Oder bla bla bla. Oder da oder da. Sowas in der Richtung, dass man da gleich...